Wie steht es wirklich um das Verhältnis zwischen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen? Nach dem DSDS aus des Phänomenal-Interpreten gab es zahlreiche Gerüchte um einen Streit, und dazu äußerte sich der Musiker nun selbst. Pietro Lombardi, jetzt enthüllt er die Wahrheit über sich und Dieter Bohlen. Während sich die Schlagzeilen rund um Pietro Lombardi, 32, in den letzten Wochen nahezu überschlugen, war ein Mann verdächtig still, und zwar Dieter Bohlen, 70. Da Pop-Titan, der eng mit Bei befreundet ist und stets die Hand über seinen Schützling gehalten hatte, schwieg zu all den Ereignissen rund um den 32-Jährigen. Weder zu dem Polizeieinsatz in Pietros und Laura Maria Repas, 28, will er Anfang Oktober noch zum DSDS aus des Phänomenal-Interpreten äußerte sich Dieter bislang. Doch wieso? Nachdem sich Bei und Ex-Frau Sarah Engels, 32, im Sommer öffentlich via Instagram gezofft hatten, ließ sich Dieter immerhin auch zu einem Statement hinreißen. Doch nun nichts dergleichen. Im Interview mit Bild erklärte er lediglich, dass RTL die Entscheidungen um die DSDS-Jury treffen würde und nicht er. Uns verbindet viel mehr als nur ein Juryjob. Und auch im großen Finale der RTL-Casting-Show kam es zur ein oder anderen Stichelei von Pietro Lombardi in Richtung Dieter Bohlen. Haben sich die beiden DSDS-Stars, die eigentlich als unzertrennlich galten, womöglich hinter den Kulissen gezofft? Genau das vermuten seit einiger Zeit auch einige Fans. Während eines Q&As wurde der 32-Jährige jetzt gefragt, bei dir und Dieter dicke Luft. Und Pietro räumte ein für allemal mit den Spekulationen auf, um die Frage ganz kurz zu beantworten, weil das auch viele Fragen, zwischen mir und Dieter ist alles gut. Uns verbindet viel mehr als nur ein Juryjob, stellt der dreifache Vater klar. Zu den Sticheleien im Finale gibt bei aber auch zu, ja, wir haben uns im Finale ein bisschen geärgert, das gehört auch manchmal dazu, weil ich gesagt habe, ja, du hast mich ersetzt. Weil es halt überall stand und irgendwie habe ich es dann gesagt, habe ich in dem Moment auch so gefühlt, sag ich ehrlich. Dennoch stellt der einstige DSDS-Sieger klar, ich weiß, dass Dieter mich niemals ersetzen würde, von alleine zumindest. Deswegen, bei mir und Dieter ist alles cool. Wir haben heute auch geschrieben und ja, wir schauen mal, was so in Zukunft passiert oder auch nicht. Was er damit meint. Und klar. Fakt ist aber, dass Pietro Lombardi in derselben Instagram-Fragerunde auch andeutete, möglicherweise 2025 doch wieder bei der RTL-Casting-Show dabei zu sein und nie von RTL rausgeschmissen worden zu sein. Danke.